Leder Leder vereint eine Vielzahl von Eigenschaften in sich, die sich so in keinem anderen Material wiederfinden. Leder ist langlebig und robust, es ist abriebfest und pflegeleicht und behält dabei doch eine Fähigkeit, die von seiner natürlichen Herkunft zeugt. Es ist atmungsaktiv. Leder fühlt sich außerdem einzigartig geschmeidig an, hat einen unverkennbaren, angenehmen Duft und ist einfach nur komfortabel und bequem. An Leder lässt sich eine Vielzahl von Oberflächen und Farben realisieren, was wiederum mannigfaltige Kombinationsmöglichkeiten gestattet. Ob das Interieur eines Automobils eher sportlich, dynamisch, elegant, zurückhaltend oder luxuriös sein soll, Leder trifft dabei immer den richtigen Ton. Oberflächen Oberflächen zusammen wie Leder. Nichts unterstreicht den Charakter eines Fahrzeugs besser als Leder.